die herrscherin die verbotene pflanze es war einmal vor langer zeit in einem kleinen land nahe des großen warmen meeres dort lebte ein friedliches volk von tüchtigen ackerbauern die unter der regentschaft eines gütigen und weisen königs allerlei feldfrüchte getreide gemüse und kräuter anbauten gerade so wie sie es nötig hatten oder andere es benötigten ihre kleider fertigten sie aus hanf und lein in ihren gärten standen mohn und giftlattich für die hausapotheke und jeder hatte einen guten streifen landes auf dem prächtige sonnenblumen gediehen aus denen ein wohlfeiles öl gepresst wurde welches nicht nur zum kochen diente sondern auch mit spezereien und heimischen duftkräutern salböle auszufertigen soweit die menschen zurückdenken konnten hatten sie in frieden und eintracht mit sich selbst den nachbarn und der natur gelebt schon der vater und vatersvater des alten weisen königs hatten umsichtig und gerecht regiert und nie auch nur einen krieg geführt der wohlstand war stets gewachsen jeder hatte genug essen kleidung und all das was ein mensch benötigt um glücklich und zufrieden zu sein nun trug es sich aber zu daß der könig im hohen alter eines tages zu pferde ausreiten wollte vor allem um noch einmal die prächtigen felder mit sonnenblumen zu erblicken welche zu jener zeit in voller blüte standen und die er von allen pflanzen am meisten schätzte zum einen wegen ihrer gestalt die der sonne so nahe kam zum anderen weil er gern aß denn ihr öl durfte in keiner speise fehlen auch erleuchtete man damit die nacht und dunkle stuben indem man es in kleinere oder größere öllampen einfüllte bei diesem ausritt geschah es dass das pferd des königs plötzlich vor einer natter scheute die aus dem grase sprang und den reiter abwarf der könig fiel so unglücklich dass er wenige tage später an seinen verletzungen verschied nun war aber der älteste sohn des königs der ganz seinen vorvätern nachkam schon vor einiger zeit an einem seltenen fieber gestorben keine medizin keine besprechung kein priester heiler oder hexer hat ihm helfen können so kam die thronfolge an den zweiten sohn einen fetten hässlichen aufsässigen wüterich der seinen vater innerlich immer gehasst doch nach außen stets eine maske von bescheidenheit gutherzigkeit ja mitgefühl getragen hatte obwohl ihm nur ein gold macht und sinnesfreuden gelegen war schon kurz nach der grablege des vaters erließ er ein dekret welches bestimmte daß nunmehr jeder bauer auf der hälfte seines sonnenblumenfeldes mohn anzubauen habe in jährlichem wechsel von der einen zur anderen hälfte der anbau von sonnenblumen müsse jetzt beim dorf schulzen genehmigt werden und sei auf ein viertel hektar pro hof oder gut beschränkt die bauern murrten zwar es fehle ihnen dann ein kochöl und auch die speziellen salböle deren handel ein gut teil des reichtums ins land brachte könnten nicht mehr in genügender menge hergestellt werden doch nichts konnte den könig umstimmen heimlich rüstete er nämlich für den krieg er wollte das nachbarreich wo sein cousin den thron führte mit gewalt besetzen einmal um sein eigenes reich zu vergrößern und zweitens weil er noch eine rechnung mit seinem verwandten offen hatte den monis erhorten zu opium verarbeitet um im falle von großen feldschlachten die verletzten versorgen und die soldaten immun gegen den schmerz machen zu können und sonnenblumen deren anbau er mehr und mehr beschränkte und schließlich bei todesstrafe ganz verbot hatten ihn immer an seinen vater erinnert und an das licht das er so hasste die leute trauten sich nicht mehr zu murren jedenfalls wenn gefahr bestand dass es einer der büttel und schergen des königs hörte vor denen es nun viel im lande gab ob man es von ihnen wusste oder nicht schon mit erlass des ersten dekrets hatte der könig begonnen eine große armee auszuheben der monanbau war verstärkt worden die erträge der anderen flächen mit getreiden und feldfrüchten gingen zu großen teilen in die staatlichen lager wo sie der versorgung des heeres dienten so waren die menschen gezwungen öl aus mohnsamen zum kochen und für ihre lampen zu benutzen welches aber in der herstellung viel teurer war als das von ihnen so geliebte sonnenblumenöl und das sich daher nur die wohlhabenden leisten konnten die herstellung von salbölen wurde ganz verboten und zur erlangung von devisen trat opium an deren stelle einige unverzagte welche die wilden hügelregionen gut kannten oder ein kleines stück land dort besaßen wagten es dennoch gelegentlich ein paar der unter der hand handelten um mit gold aufgewogenen sonnenblumsamen in den boden zu legen um zur erntezeit die so geschätzten sonnengesichter unter lebensgefahr einzubringen und dann mit wenig vertrauten oder im kleinsten familienkreis die ausgestreiften körner einzeln mit den zähnen zu knacken und im gedenken an den alten könig behutsam zu kauen oder aber bei verdunkeltem fenster gar eine tasse öl zu pressen und mit spezereien zu versetzen die nun zum größten teil auch verboten waren die jahre gingen dahin der krieg forderte seine opfer wer noch lebte murrte nicht mehr sondern baute mohn und getreide für den könig von zeit zu zeit ließ man zum zwecke der abschreckung einen sonnensüchtigen wie man diese straftäter mittlerweile nannte auf dem marktplatz auspeitschen oder gar eine ganze bande von ihnen hängen ohne liebsamen mitmenschen schmuggelt man gerne ein paar körner in den beutel oder legte ihnen gar ein ganzes säckchen ins haus um sie dann beim schulzen anzuzeigen da mittlerweile auch das meiste vieh für den krieg beschlagnahmt und aufgegessen worden war hatte man keinen dünger mehr für die mohnfelder der könig befahl daher einfach das stroh des letzten jahres unter die erde zu pflügen und erneut mohn zu streuen so wurden die pflanzen immer kleiner die erträge immer geringer die forderungen des königs blieben jedoch gleich oder wurden noch erhöht daher verarmte die bevölkerung rasch elend hunger und opiumsucht breiteten sich aus und durch krieg und missernten entvölkerten sich ganze landstriche der cousin des königs herrscher im mit krieg überzogenen nachbereich war natürlich auch nicht untätig gewesen der wüterich hatte sich mittlerweile bei allen umliegenden reichen verscherzt und in einer geheimen koalition unter der führung des cousins besetzten sie im handstreich sein geschwächtes land ließen ihn absetzen hinrichten und seine asche in einen fluss verstreuen das volk des kleinen gebeutelten landes wählte nun einen neuen könig aus seinen eigenen rein dieser ließ mit hilfe des nachbereiches das land wieder aufbauen verbot den anbau von mehr als zwei beeten mohn und ließ im ganzen land wieder sonnenblumen pflanzen der große kräftige stängel mit den blättern wie elefantenohren und dem hängenden sonnengesicht zierte nun das wappen des neuen königshauses und die wenigen überlebenden sonnensüchtigen die bis zuletzt im kerker geschmachtet hatten wurden entschädigt und wieder in alle ehren eingesetzt einige von ihnen sogar zum ritter geschlagen der neue könig regierte lange und gerecht im volk wuchsen wieder wohlstand und zufriedenheit und krieg ward nicht mehr gesehen im land fazit nimmst du den menschen ihre liebe und gibst ihnen hass so kannst du sie für eine weile beherrschen nimmst du ihnen den hass und gibst ihnen die liebe wirst du immer der herrscher ihrer herzen sein musik 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 musik